Von Baden-Württemberg geht es ab nach Ungarn und damit hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einer weiteren Folge der F1 Grand Prix Vorschau. Heute mit der Vorschau für den anstehenden Ungarn Grand Prix. Die Streckendetails. Am 4. August beginnt die 34. Ausgabe des Ungarn Grand Prix in Budapest. Die Strecke verfügt insgesamt über 14 Kurven. 6 Linkskurven und 8 Rechtskurven. Vom Start bis zur Kurve 1 sind es 610 Meter. Auf der gesamten Strecke fährt man nur einmal im 8. Gang. Insgesamt 48 Gangwechsel gibt es pro Runde, zusammengerechnet 3.360 im Rennen. Die Boxengasse hat eine Länge von 341 Meter und dort wird höchstens 80 kmh gefahren. Die Wahrscheinlichkeit auf eine Safety Car Phase liegt bei 18%, der Vollgasanteil liegt bei 59%. In den bisher 33 Ausgaben des Ungarn Grand Prix in Budapest gewann 15 Mal der Polesitter, was einer Quote von 45,5% entspricht. Der Bremsenverschleiß wird als niedrig angegeben und der Reifenverschleiß als mittel. Gefahren wird 70 Runden lang im Uhrzeigersinn bei einer Gesamtrendistanz von 306,630 Kilometer. Die Streckenlänge beträgt 4.381 Meter. Das DRS darf zweimal pro Runde verwendet werden und zwar auf der Stadt Zielgeraden und zwischen den Kurven 1 und 2. Die Siegerstrategie von 2018 war eine Ultrasoft-Soft-Strategie von Lewis Hamilton. Schnellster Pilot im Feld war Sebastian Vettel mit 319,2 kmh. Die schnellste Rennrunde gegen Antonio Ricciardo mit einer 1-20-0-1-2 gefahren in Runde 46. Lewis Hamilton führte den Grand Prix bis einschließlich Runde 25 an, dann Sebastian Vettel bis einschließlich Runde 39 und zum Schluss wieder Lewis Hamilton. Schnellster Boxenstopp war der von Lance Stroll. Seine Zeit war eine 21,291 in Runde 47. Seine Standzeit war eine 2,36. Die schnellste Standzeit schaffte die Crew von Sergei Sirotkin mit einer 2,10 in Runde 31. Die durchschnittliche Geschwindigkeit des Siegers lag bei 189,668 kmh. Der Rundenrekord im Rennen ist eine 1,19-071 gefahren von Michael Schumacher aus dem Jahre 2004 mit seinem Ferrari F2004. Der Rundenrekord in der Qualifikation fuhr Sebastian Vettel 2017 mit einer 1,16-276 mit seinem Ferrari SF70H. In Budapest werden die Mischungen C2 der harte Reifen, C3 der Medium und C4 der softer Reifen gefahren. Wer welche Reifen für das Wochenende gewählt hat, könnt ihr hier in dieser Grafik sehen. 2018 wurden die Mischungen Ultrasoft, Soft und Medium gefahren. Wichtiges zum Setup Es gibt zwar wenige harte Bremszonen, doch durch diese kann sehr viel Energie von der MG UK aufgenommen werden. 14% der Runde verbringt der Fahrer auf der Bremse. Der Spritverbrauch liegt bei nur 1,5 kg pro Runde. Nicht zu vergessen, sehr viel Abtrieb am Boliden zu installieren und überholen ist auf der Strecke so gut wie unmöglich. Schwierige Kurven Kurve 1 Hier kann man prima am Start und mit DRS überholen. Kurve 2 Bergab-Links-Kurve Bei der Anfahrt kann man sich verbremsen, wenn man wie Bottas letztes Jahr gegen Vettel angreifen wollte. Kurve 4 Bergauf-Rechtskurve mit Knick Vorsicht bei der Qualifikation und im Rennen wegen Track-Limits. Kurve 6 und 7 Eine weitere Überholmöglichkeit bietet sich vor dieser Schikane an. Kurve 14 So nah wie möglich innen an der Leitplanke bleiben, um eine gute Runde zu erwischen. Der Zeitplan Hier sind die offiziellen Trainings, Qualifikations- und Rennzeiten. Besondere Vorkommnisse 1998 fuhr Michael Schumacher in der Hitzeschlacht von Budapest mit einer taktischen Meisterleistung auf Platz 1, als man die Silberpfeile mithilfe eines Zusatzstops besiegte. Technikchef Ross Braun verlangte vom Ferrari-Piloten, dass er in 19 Runden 25 Sekunden auf McLaren herausfährt, was der Körpener in der Tat umsetzte. 2005 kam es zu einem Überschlag von Red Bull-Piloten Christian Klien, nachdem Jacques Villeneuve in ihn hineingefahren ist. 2006 In diesem Jahr fand der Ungarn Grand Prix im Ring statt und Jensen Button feierte seinen ersten Sieg als Fahrer im 113. Rennen. 2008 Philippe Massa schied als Führender aus, als sein Motor drei Runden vor dem Ende auf der Startzielgeraden hochging. 2009 Während der Qualifikation kam es zu einem schweren Unfall von Philippe Massa. Der vor ihm fahrende Rubens Barrichello verlor eine Radfeder, die Massa nur knapp am linken Auge verfehlte. Er raste quasi ungebremst mit über 200 kmh frontal in den Reifenstapel. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und konnte den Rest der Saison nicht mehr fahren. 2010 kam es auf der Startzielgeraden zu einem aggressiven Verteidigungsmanöver von Michael Schumacher gegen Rubens Barrichello, der ihn fast in die Boxenmauer gedrückt hätte. 2015 kam es im ersten freien Training nach einem Fahrfehler von Force India Pilot Sergio Perez zu einem Überschlag und vor dem Rennen stellten sich alle Fahrer in einem Kreis auf, um den vor dem Grand Prix verstorbenen Juli Bianchi zu gedenken. Die bisherigen Sieger des Ungarn Grand Prix. Hier ist eine Auflistung der jeweiligen Sieger in Ungarn.